Ja, hi, willkommen hier zum Adventskalender der DKB HBL in Zusammenarbeit mit BITUK. Ich sponsor sehr gerne auch ein Trikot von mir signiert und würde mich freuen, wenn ihr fleißig bietet und auch möglichst hoch rangeht. Das niedrigste Gebot bekommt den Zuschlag, aber macht nicht so einen Quatsch und fangt hier irgendwie unter 10, 15, 20 Euro an. Das geht an eine gute Sache und ich glaube, das ist wichtig, jetzt gerade auch zu dieser Zeit, tut was Gutes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017